Wir sind natürlich kein echtes Brautpaar. Dafür haben wir ein echt tolles Programm zu unserem diesjährigen Heiratsmarkt. Genau, am Freitag geht es gleich los, am Freitag am späten Nachmittag, dann am Abend in die Tanzveranstaltung, am Sonnabend als erster Höhepunkt, 14 Uhr der Eröffnung des Heiratsmarktes auf dem Schlosshof mit Fassanstich und mit einem kleinen Programm. Anschließend natürlich überall auf dem Sportplatz Sportveranstaltungen, Tanz am Abend, und dazwischendurch natürlich Schausteller, Riesenrad, alles was man will bis hin zu Verkaufsbuden. Wir haben aber auch ein tolles Kulturprogramm für Groß und Klein. Das reicht von einer Zaubershow bis hin zu 5-Diga-Blasmusik im Festzelt. Und wer dann noch nicht mitbekommen hat, dass es im Kalten-Nordheim-Heiratsmarkt ist, der bekommt es spätestens am Montagabend mit, wenn wir unser tolles Höhenfeuerwerk in die Luft schießen. Und wer dann nach fünf anstrengenden Tagen die Beine und die Seele baumeln lassen will, der ist am besten in unserer Feuerwehr aufgehoben, denn dort gibt es bei 5-Diga-Blasmusik hier und Soljanga einiges zu erleben. Genau. Und was reden wir noch lange? Am besten ist natürlich, herkommen nach Kalten-Nordheim von Freitag bis Dienstag gibt es eine Menge zu erleben mit viel Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020